Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Land, verschieben dafür euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guard präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir von einem Rare bekommen können und dieser Rare befindet sich einmal im Smart Green Traum und zwar hier oben auf den Koordinaten 4518 und das ist Lehrling der Schmelzbinderin. Diese kann dann das Toy hier droppen und zwar geschmolzener Lava Ball. Laut WoW Head ist die Drop Chance bei 10-11% rum. Man kann das Ding aber auch im Auktionshaus kaufen. Regionaler Verkaufspreis ist bei mir hier gerade 80.000, minimal Sofortkaufspreis 150k. Ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt auf einem anderen Server für 30k gekauft, da war es EU-technisch am günstigsten drin, wird wahrscheinlich jetzt auf allen Servern im Laufe des Patches noch günstiger. Ja, ich habe den 5, 6, 7 mal umgehauen, nicht gekriegt, dachte mir, komm, ich kaufe mir das jetzt einfach, dann spare ich mir das weitere Farmen hier und ich würde sagen, wir gucken es uns einmal an. Also wir lernen es hier und dann suchen wir es einmal raus. Lava Ball, genau, da haben wir es. Und was macht das? Beginnt ein geschmolzenes Ritual, um einen Ball aus Lava zu beschwören und das machen wir jetzt mal. Okay, mal gucken, was passiert, wenn wir durchgechannelt haben. Ah, überhaupt nichts. Also das komplette Ding ist, wir channelen auf so einen Ball. Sieht ja ganz cool aus, ne, aber ich dachte jetzt irgendwie, da passiert noch was Krasses. Ähm, komischerweise hat das hier zwei Minuten Cooldown, aber der resettet sich, wenn wir durchgechannelt haben. Interesting. Also wenn es irgendwo mal richtig dunkel ist, in der dunklen Ecke, könnt ihr damit wahrscheinlich einen Haufen Licht erzeugen, weil es doch relativ gut Funken weghaut. Aber ja, sonst kann es jetzt nichts Tolles, das Ding. Visuell macht es was her. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen oder beim Nachkaufen, je nachdem, ob ihr es so macht wie ich und ein bisschen Gold da lasst für das Toy. Ist auf jeden Fall wieder eins mehr in der Liste. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Ich zeige euch nochmal den Spot, also hier oben, 45,19. Der Rare hat, wie die meisten Rares hier, längere Zeit zum Respawn. So viel kann ich euch sagen. Genaue Zeiten weiß ich leider nicht. Gut, ich verabschiede mich. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.